Alle mal Lacher! Also Spaß! Verträgt die Keinen. Oh nein, sie hat den Jakob so angeschaut, als ob er weiß Gott was verbrochen hätte. Dabei hat er ja nur gepfiffen. Das war ein Witz. Aber sie hat ihn gleich so angeschaut, ganz kurz. Aber so aggressiv, als ob sie ihn gleich umbringen wollte. Ja, und da habe ich es halt dann gesagt, weil es wahr ist, dass die Aisha immer schon provoziert hat. Und dass es mich nicht wundert, wenn da mal was passiert. Und dass sie keinen Spaß vertragen hat. Na ja, halt eure komischen Spätschen. Und dass es nicht so schlimm ist, wenn einem mal nachgepfiffen wird, ist ja nicht so schlimm, wenn einem mal nachgepfiffen wird. Manch einer würde sich darüber freuen. Hey, bitte erinnern Sie sich an... Das geht ja nicht, das ist die Aisha. Oh, verdammte Sachen, ich mache die Aisha. Was du? Im Koma liegt eine junge Frau, die gestern in den frühen Morgenstunden auf der Wiener Donauinsel aufgefunden wurde. Es handelt sich laut Polizeiangaben um die knapp 18-jährige Aisha G. Wahnsinn. Die Aisha. Das ist ja Aisha. Was machen wir? Ja, was sollen wir denn machen? Wir müssen doch was machen. Ja, Kontakt, ich rufe an wegen einer Freundin, die bei Ihnen liegt. Günes Aisha. Günes, wie man spricht, um laut U. Genau, ja. Ja, ich wollte fragen, ob man sie vielleicht besuchen kann. Aha. Ja, ich weiß nicht, ob man sie nicht besuchen kann. Ja. 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 Vielen Dank.